Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Conflict of Nation WW3 Risks Strategy Game. Ich start das Spiel mal. Folge 3. Und unseren Spielaccount laden. Findet neue Spiele. Okay. Dann, sei mal, geht es jetzt los. Und zufällig aussuchen. Ah, grünes war mein Land. Dann hatte ich gerade gar kein Land mehr. Ich hatte kein Land mehr. Okay. 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 Nächste Fossil. Das war's. Bei Forschung geht nichts mehr. Geil. Das war's. Und das ist der Kampf. Ich bin mal hier. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich baue irgendwas. Das haben wir. Bauen wir das hier noch. Bauen wir das auch noch. Gibt es denn hier irgendwo einen Hafen zum Bauen? Ach, warte mal hier. Okay, erstmal brauche ich ja die Gebäude. Da. Punt on. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Hoffentlich ist das auch so richtig, was ich gemacht habe. Das ist auch wichtig. 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 Das ist auch wichtig.